Die schönste Zeit im Jahr ist mein. Guten Abend, verehrte Zuschauer und Zuschauerinnen. Ja, da hat wohl jeder seine eigene Vorstellung. Aber die Frau Fehrhoff, Pfarrerin der Magnusgemeinde, und die Frau Dr. Löffler, die haben ganz besondere Vorstellungen, was sie als Schönstes im Jahr finden. Und das wäre? Ja, die schönste Zeit im Jahr ist für meine Begriffe der Frühling. Der Frühling steht ja für Neubeginn, für Aufbruch, für vielleicht auch ein bisschen Zuversicht. Und deswegen haben wir diese Veranstaltung, die schönste Zeit im Jahr, Gedichte und Musik zum Frühling, als Benefitsveranstaltung für die Renovierung der Magnuskirche, in diesem besonderen Fall des Turms der Magnuskirche, uns überlegt und wollen, Gedichte werden vorgetragen von Karl-Heinz Deichelmann, der ja in Worms sehr bekannt ist. Dann begleitend dazu kommt Musik vom Vokalensemble des Evangelischen Stadtkantorats unter der Leitung von Christian Schmidt, der auch Orgel spielt. Und die Moderation hat übernommen der Dr. Hermann Schlösser aus Wien. Ein gebürtiger Wormser, der im Schatten der Magnuskirche aufgewachsen ist. Frau Fehrhoff, wie Frau Dr. Löffler hat es gesagt, es geht um den Turm. Können Sie uns da mal ein bisschen was dazu erzählen, was alles renoviert werden muss, wie die Kosten sind, wie der Zeitbedarf ist? Also es fing ja eigentlich die gegenwärtige Sanierung damit an, dass vom Turm die Sandsteinplatten marode waren, die oben auf dem Turmhelm sind und dass man bei den Untersuchungen, das war wohl Ende 2015, auch festgestellt hat, dass der ganze Turm saniert werden muss. Die Kosten der Turmsanierung betragen 1.065.150 Euro und davon muss die eigene, unsere Gemeinde, 140.000 Euro beisteuern, nur um den Turm zu sanieren. Wir sind sehr froh, dass wir dank des früheren Architekten, des Herrn Hamm, Zuschüsse von Bund, Land und der Deutschen Stiftung Denkmalschutz bekommen haben. Aber natürlich ist das noch ein beträchtlicher Anteil, den wir auch selber aufbringen müssen. Es wird wahrscheinlich so aussehen, dass der Turmhelm abgenommen wird mit einem Kran und vor der Magnuskirche, wahrscheinlich auf dem Weckerlingplatz, dann stehen wird und dort die Handwerker besser arbeiten können, als wenn ein Gerüst gebaut würde. Das ist wohl sehr schwierig, hat der Architekt gesagt. Und dann können die Handwerker leichter zum Beispiel die Schieferplatten erneuern, die auf dem Dach des Turms sitzen. Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, das muss abgebaut werden, das Dach? Die ganze Spitze. Die ganze Spitze. Ja. Jetzt bin ich ein bisschen überraschend. Wie wollen Sie das bewerkstelligen? Kommt da ein Kran? Da kommt ein Kran, ja. Da gibt es wohl Spezialfirmen dafür, die sowas machen. Muss aber ein großer Seiten. Das ist bestimmt ein großer Kostenfaktor, der Kran. Ja, bestimmt auch. Es ist aber auch sehr aufwendig, ein Gerüst zu bauen, was zum Teil wegen der Dachkonstruktion nicht so ganz einfach wäre, wenn wir das versuchen würden. Also das wäre wohl auch relativ teuer. Wie lange wird die Sanierung dauern? Die ist veranschlagt bis 2024. Also irgendwann im Laufe des Jahres 2024 wird es hoffentlich fertig sein. Je nachdem, wie viel Geld wir zusammenbekommen. Ja, genau. Da muss ich jetzt fragen, Sie meine Benefizveranstaltung. Ist das eine Gemeinschaft, die da jetzt gesagt hat, oder dass Sie gesagt haben, wir müssen jetzt mal was machen für unseren Turm, oder ist das ein Verein? Ja, also wir haben in der Magnus-Gemeinde einen Förderverein, der heißt Wir für Magnus. Und wir haben uns vorgenommen, dass wir möglichst viel Gelder sammeln für die Renovierung der Kirche. Jetzt bleibt halt noch der Turm als zu renovierendes Objekt. Und deswegen überlegen wir uns immer wieder, welche Veranstaltungen könnten wir machen, die möglichst viele Menschen interessieren und in die Kirche bringen und dann ein bisschen was einbringen für die Renovierung des Turmes. Ja, Förderverein, da kann man Mitglied werden. Ja. Haben Sie denn genügend? Sehr gerne. Nein, wir haben nicht genügend. Wir suchen gerne noch neue Mitglieder, die sich bei uns auch gerne ein bisschen engagieren dürfen. Nicht müssen, aber dürfen, wenn sie möchten. Wir haben bisher um die 60 Mitglieder. Und Sie können sich vorstellen, dass das natürlich nicht ausreicht, um jetzt große Massen zu mobilisieren. Und wir sind da auch ein bisschen traurig, denn die Magnus-Kirche ist nicht nur eine Kirche, sondern sie gehört zum Bild der Stadt Worms. Wenn Sie von der Autobahn in Richtung Worms fahren, also ich sehe dann immer so ein ganz klein bisschen den Turm, den sehr spitzen Turm der Magnus-Kirche hervorleuchten. Und dann denke ich, oh, da ist mein Magnus-Kirchlein. Ja, der Turm muss renoviert werden. Der Turm muss unbedingt renoviert werden. Wir brauchen ihn ja auch fürs Turmblasen. Turmblasen. Wird er in diesem so renoviert, wie er jetzt ist, oder gibt es da Veränderungen? Nein, das steht ja auch unter Denkmalschutz. Also wir können nicht einfach machen, was wir wollen. Nein, der wird so wiederhergestellt, wie er jetzt ist. Und ich habe mir vom Architekten einmal erklären lassen, dass es inwendig, glaube ich, weil das ja nach dem Krieg wieder aufgebaut werden musste, die Magnus-Kirche war ja auch zerstört, inwendig wohl eine sogenannte Sparkonstruktion, die mit möglichst wenig Holz auskommt. Und das ist wohl auch was ganz Besonderes. Und auch diese spezielle Form des Turms ist auch, finde ich, immer sehr besonders. Deswegen kann man den wirklich schon von Weitem erkennen. Das geht mir nämlich genauso. Das ist das, was ich immer sehe. Diesen Turm gibt es, glaube ich, in Worms nirgends mehr. Nee. In dieser Form. Ja, Sie sagten schon, es kostet über eine Million D-Mark. Nee, Euro. Danke. Über eine Million Euro. Wie sieht das aus? Haben Sie da Sponsoren? Denn allein schaffen Sie ja nicht auch die Benefizveranstaltungen. Haben Sie da Sponsoren, die Sie da unterstützen? Also zum einen sind ja alle bereit, ohne Salär sozusagen diese Veranstaltung zu machen. Dankenswerterweise. Und wir haben von der Volksbank eine gewisse finanzielle Unterstützung zusätzlich bekommen. Und für die Unterstützung im Förderverein, da hast du, Veronika, glaube ich, ein paar Zahlen oder ein paar Namen. Ich habe ein paar Namen, die uns unterstützen. Das ist zum einen die Volksbank, wie die Frau Dr. Löffler schon gesagt hat. Die Sparkasse unterstützt uns. Wir wurden auch schon unterstützt von den beiden Rotary-Clubs in Worms. Rotary Worms und Rotary Nibelungen und den Lions. Die haben Portal und Christusfenster mit unterstützt zu erneuern. Das Weingut Dr. Schreiber stiftet uns immer einen Magnuswein und einen Magnussekt, den wir auf unsere Richtung verkaufen dürfen. Da sind wir auch sehr dankbar für. Es fand ein Konzert, der sind von Jetta geleitet, vom ehemaligen Direktor der Jugendmusikschule, von Reinhard Volz. Statt in der Dreifaltigkeitsgemeinde, wo wir auch die Einnahmen bekamen, die Renanier unterstützt uns mit Spenden. Also Sie sehen, wir sind, es gibt doch einige, die uns immer bedenken. Wir sind auch sehr froh, dass Vorstandsmitglieder und Vereinsmitglieder des Fördervereins uns regelmäßig unterstützen mit Spenden. Jetzt haben wir schon so viel über die Veranstaltung, über die Geschichte der Kirche gesprochen. Was erwartet denn der Zuschauer oder der Gast, der kommt am Programm? Also das Programm ist eine Mischung aus Gedichten. Gedichte, die sich hauptsächlich mit Frühling, Neuanfang, Aufbruch beschäftigen. Natürlich findet auch Gehör der Osterspaziergang von Goethe. Wir sind, glaube ich, zu einer Frühlingsveranstaltung unabdingbar dazu. Dann haben wir verschiedene musikalische Beiträge, zum Teil Orgelstücke, die von Christian Schmidt gespielt werden. Zum Teil auch gesangliche Darbietungen vom Vokalaushabel des Evangelischen Stadtkantorats. Und ich denke mal, der Zuschauer bekommt eine wirklich bunte Mischung von alten und etwas neueren Gedichten, von kirchlich geprägter Musik und auch von weltlich geprägter Musik. Und ich freue mich ganz besonders auf das letzte Lied, das ist der Abendfriede von Josef Reinberger. Und ich finde, gerade in der heutigen Zeit kann man das Wort Friede nicht oft genug erwähnen. Und auch nicht oft genug hören, jawohl. Was ist denn Ihr Favorit? Also ich liebe besonders das Lutherlied, die beste Zeit im Jahr ist in Main. Danach, daran lehnt sich ja auch der Titel des Programms an, des Konzertes. Und freue mich auch, dass ich es auch noch in einer anderen Vertonung hören werde, nämlich in einer von Arnold Mendelssohn. Da bin ich auch mal sehr neugierig drauf, die kenne ich noch nicht. Gut, die Texte, wer hat die rausgesucht, die der Karl-Heinz Deichelmann spricht? Also die Texte hat der Moderator rausgesucht, das ist der Dr. Schlösser. Und der stand immer in sehr engem Kontakt mit dem Karl-Heinz Deichelmann. Die beiden haben sich per E-Mail verständigt. Wir hatten auch im Dezember mal ein Treffen hier in Worms, da war der Hermann Schlösser gerade hier. Der kommt ja immer extra aus Wien angereist und deswegen geht das natürlich persönlich nicht allzu häufig. Aber über E-Mail hatten die Herren alle regelmäßig Kontakt. Und ich habe also immer wieder gehört, dass alle sehr zufrieden waren mit der Zusammenarbeit. Jetzt muss ich mal was anderes fragen. Wie kommt denn der Dr. Hermann Schlösser nach Worms? Wo liegt denn da die Verbindung? Ja, die kann ich Ihnen sagen. Und zwar ist der Dr. Hermann Schlösser ein ehemaliger Klassenkamerad von mir. Ich wollte absichtlich nicht sagen alter Klassenkamerad, ein ehemaliger Klassenkamerad, der jetzt in Wien lebt. Und der dort jahrelang den Feuilleton-Teil der Wiener Zeitung geleitet hat, ein studierter Germanist. Und wir hatten letztes Jahr 50-jähriges Abitur. Und bei dieser Gelegenheit habe ich ihn einfach mal gefragt, ob er bereit wäre, die Moderation für so eine Veranstaltung zu übernehmen. Und ich weiß, dass er ja im Lugensland groß geworden ist, sozusagen im Schatten der Magnuskirche. Und er hat mir sofort Ja gesagt und hat gesagt, ich bin da getauft, ich bin da konfirmiert. Ich habe eine gute Beziehung zur Magnuskirche. Ich mache das sehr gerne. Und da war ich sehr, sehr froh. Prima. Haben Sie ein tolles Programm mit namhaften Künstlern aus Worms hier. Ja, was gibt es zu sagen? Wann ist denn das Ganze? Am 19. März um 17 Uhr in der Magnuskirche. Und wie lange wird es ungefähr dauern? Circa 90 Minuten. Eineinhalb Stunden? Mit allem. Und in der Magnuskirche, also in der Kirche? In der Kirche selber, ja. Braucht man Karten oder gibt es Karten zu kaufen? Ja, es gibt Karten und zwar im Vorverkauf bei Bücher Bessler in Worms und bei der Kunsthandlung Steuer. Wir haben hoffentlich nicht mehr allzu viele Karten dann an der Abendkasse. Da gibt es natürlich dann aber auch noch Karten. Naja, ich drücke Ihnen mal die Daumen, dass es ganz wenig Karten an der Abendkasse gibt. Und viele Gäste da sind, verehrte Zuschauer. Wenn Sie also am 19. einmal was Gutes tun wollen und ein kulturelles Erlebnis von hohem Niveau erleben wollen, gehen Sie in die Magnuskirche. Ich darf mich recht herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie da waren, uns die Tipps gegeben haben. Ich wünsche Ihnen viel Glück, viel Erfolg für Ihre Veranstaltung. Und bei uns geht es spannend weiter, verehrte Zuschauer. Ich wünsche Ihnen viel Glück, viel Glück.